Das Einzige, was ich rausheben würde, vielleicht so als Abrundung des Ganzen, ist, dass man nicht diesen unangenehmen Dingen oder dem Gefühl des Unangenehmen, weil ich etwas tiefer in Sachen hinein denke oder fühle, das drückt dem nicht automatisch einen Stempel auf und muss nicht notwendigerweise zu einer weiteren Spirale nach unten führen, sondern das kann man auch als Chance nutzen, um genau diese Dinge, die unangenehm sind, zu verbessern, sozusagen. Und das kann aber dann natürlich nur funktionieren, wenn man sich darauf erstmal einlässt und sich das Bewusstsein dafür schafft, dass ja, es läuft nicht alles gut und ja, ich muss mir erstmal überlegen, was ich in den bestimmten Bereichen überhaupt möchte. Und das ist ja auch so ein Thema von mentaler Gesundheit und das wissen, glaube ich, jetzt alle seit den letzten 18, 20 Monaten selber sehr gut, wie schwierig diese Situation sein kann. Aber es gibt für alles quasi Möglichkeiten, da vorwärts zu kommen und raus zu kommen. Ich habe ja schon erwähnt, man kann sehr wohl auch in Therapie gehen, das ist sehr, sehr hilfreich. Man kann das auf einer mehr oder weniger Low-Level-Geschichte beginnen mit einem Tagebuch, Dankbarkeitstagebuch. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das dann wieder runterzubeichen, aber man muss diesen Weg erstmal beginnen. Und das ist, ja, man darf sich nicht abschrecken lassen von den unangenehmen Dingen, die einem da vielleicht entgegenkommen, weil das führt immer zu einer Veränderung und das ist meistens besser als das, wovor man irgendwie vielleicht Angst hatte, sich dem zu stellen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig und das geht natürlich für alle Bereiche. Also es ist jetzt natürlich nicht nur für das Privatleben, sondern genauso die Punkte, die du auch erwähnt hast. Ist überhaupt die Arbeitssituation, bin ich mit der zufrieden? Und das heißt nicht, dass man sofort seine Arbeit kündigen muss. Also darum geht es ja auch überhaupt nicht. Sondern es geht erstmal darum, seine Arbeit so richtig zu analysieren und zu reflektieren, was man denn macht. Und dann wird man vielleicht darauf kommen, ja stimmt, also in meiner Arbeit sind 60% Dinge, die ich unheimlich gerne mache, die mir auch ganz viel Spaß machen und mir viel Energie geben. Okay, und dann habe ich die restlichen paar Prozent, sind halt so mittelmäßig. Naja, okay, dann können wir schon damit arbeiten, dann weiß ich, wofür ich dankbar sein kann, nämlich diese 61% und kann mit den restlichen Prozent dann genau, obwohl es unangenehm war, kann ich dort beginnen zu arbeiten. Weil dann kann ich herausfinden, woran liegt das? Liegt das an den Arbeitsstunden? Liegt das an den Aufgaben? Und wir, glaube ich, gerade beim letzten Podcast irgendwie dieses Beispiel so kurz umschrieben haben, nämlich nur weil jemand eine Arbeit gut macht, heißt das nicht, dass sie automatisch auch gern macht. Also da muss man, glaube ich, auch für sich selber definitiv mal in sich gehen und das dann versuchen ein bisschen zu trennen. Weil nur weil man in irgendwas gut ist, kann ein Talent sein, kann einfach eine Fähigkeit sein, die einem locker von der Hand geht, heißt das nicht, dass es einen erfüllt, sozusagen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil da denkt man eben nicht dran. Weil man denkt, naja, aber, weiß nicht, ich schaffe ja meine To-dos in dem Bereich super abzuarbeiten. Naja, das ist aber nicht der ganze Wert, der da drinsteckt. Und das wird aber dann, und das ist damit schließlich quasi, ja, da wird es halt dann sehr unangenehm. Weil man dann fragen muss, ja, okay, warte mal, jetzt, ich bin eigentlich sehr gut in dem, aber irgendwas passt da nicht. Und das kann in der Arbeit sein, das kann natürlich im Hobby genauso sein, wo man ein Hobby vielleicht macht, weil man irgendwie mal reingekommen ist, aber ob man das dann jemals so richtig reflektiert hat, ob das dann nach wie vor gut ist, sei dahingestellt. Aber man muss halt einfach auch mal rein in diese Dinge. Und da finde ich, nur um nochmal quasi ganz den Anfang zu schließen, ist halt, diese Zielstellungen ist halt als Rahmen, als größerer Rahmen, glaube ich, wichtig. Aber immer mit Zusammenhang zu dem, wo man aktuell steht. Also es kann nicht unendlich weit weg sein und keine Zwischenschritte beinhalten. Also es kann nicht unendlich weit weg sein, wo man aktuell ist, 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 wo man aktuell ist. Also es kann nicht unendlich weit weg sein, wo man aktuell ist, wo man aktuell ist, wo man aktuell ist, wo man aktuell ist, wo man aktuell ist.